Die Brinell Drive ist eine externe SSD, die enorme Geschwindigkeiten, eine sehr gute Verarbeitung und vor allem hochwertiges Design miteinander kombinieren soll. Ob das wirklich stimmt, klären wir nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Brinell Drive ist in vielen verschiedenen Varianten verfügbar, so zum Beispiel auch als herkömmliche externe Festplatte, also mit einer verbauten HDD. Da Datenmengen aber immer größer werden und Zeit nun mal kostbar ist, macht es mittlerweile durchaus Sinn, auch die deutlich schnelleren SSDs extern zu benutzen. Erhältlich ist das Modell mit 120, 250, 500 oder aber auch 1000 GB Speicher. Der umlaufende Rahmen besteht aus Metall und hat eine echt schicke gebürstete Optik. Viel interessanter ist allerdings das Material auf der Vorder- und Rückseite und das ist auch ein Punkt, welcher die Brinell Produkte ganz besonders macht. In meinem Fall finden wir hier schwarzes Carbon, aber auch echtes Ebenholz, Rindnapperleder oder Edelstahl sind erhältlich und das ist einfach so verdammt cool. Nicht nur das Aussehen wird dadurch extrem aufgewertet, sondern auch das Feeling, wenn man die SSD in die Hand nimmt, ist total genial. Dazu trägt natürlich auch die perfekte Verarbeitung bei und egal wie man das Produkt anfasst, ist es einfach hochwertig ohne Ende. Die Abmessungen sind mit 11,5 x 8,6 cm sehr kompakt und die Dicke beträgt lediglich 9 mm. Dadurch, dass keine mechanischen Bauteile zum Einsatz kommen, braucht man sich auch keine Sorgen über kleinere Stöße oder ähnliches zu machen. Das ist gerade beim Transport ein großer SSD-Vorteil. Im Inneren des Gehäuses verbirgt sich eine SATA-SSD der Marke Samsung, um genau zu sein die 840 EVO, die ziemlich anständige Übertragungsraten hervorbringt. Per USB 3.0 komme ich somit auf ca. 425 MB pro Sekunde beim Lesen und knappen 400 MB pro Sekunde beim Schreiben. Das ist wirklich sehr, sehr schnell. Geliefert wird die Brinell Drive SSD in einer schlichten, mattschwarzen Box. Neben der SSD selbst befindet sich außerdem ein Putztuch, ein USB 3.0 Datenkabel, eine Lederhülle zum Verstauen der SSD und zu guter Letzt noch eine kleine Anleitung im Lieferumfang. Abschließend bin ich sehr begeistert von der Brinell Drive SSD, da mir das Konzept und dessen Umsetzung einfach total gut gefällt. Edle Materialien, super Verarbeitung und natürlich ganz wichtig, hohe Übertragungsraten. Die 120 GB Variante kostet 159 Euro, 250 GB schlagen mit 269 Euro zu Buche. In Anbetracht von Qualität und Geschwindigkeit halte ich das aktuell für angemessen. Lediglich die Echtholz-Variante kostet jeweils 10 Euro mehr. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Falls das so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar sehr freuen. Und dann würde ich sagen, macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal, ciao. Und dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehen.